Alle Spiele der Regionalliga West, exklusiv auf Sporttotal. Und bringt den Freistoß rein, wird von einem Kölner verlängert, Kaptan. Battarillo schickt Arnold Budimbu. Der kommt auch an den Ball und das ist der Elfmeter für die Fortuna. Und Ameldick verursacht den Elfmeter, Lars Lokoc. Erste Annäherung an den Strafraum der Wiedenbrücker in diesem Spiel. Nach sechs, sieben Minuten, vorher waren sie noch nicht in Strafraumnähe. Lars Lokoc macht ihn nicht rein. Und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, wäre der Rasen glatter, er wäre reingegangen. Loma. Leontia. Als will mich die Fortuna jetzt Lügen strafen, Leontia. Leontia. Der Flanke lang Richtung Zähleschuss. Aber. Abgefiffen. Jetzt vielleicht Battarillo. Legt sich den auf links. Battarillo. Die Chance ist noch nicht vorbei. Freistoß. Kegel wird den wahrscheinlich schießen. Das ist Langer. Langer macht den. Angelo Langer. Timo Hölscher. Angelo Langer. Sascha Marquet. Marquet im Strafraum. Hölscher. 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 Und hat mit Markus von Ahlen natürlich auch einen Trainer, den er noch aus der Jugend bei Leverkusen kennt. Fehler jetzt mit dem Ballgewinn. In die Mitte. Zähleschuss. Die Riesenchance zum 1 zu 0 auf der anderen Seite. Niklas Zähleschuss. Langer. Nochmal Kegel. Bringt den nochmal rein. Lohkocz. Lars Lohkocz. Mit dem Halbzeitpfiff. Super gemacht vom Mittelstürmer, nachdem er den Elfmeter vergeben hatte. Wieder Fehler. Wiedenbrück setzt sich jetzt ein bisschen fest. Stanislav Fehler. Und das ist nicht der Ausgleich. Mike Amedick. Währenddessen jetzt Nils Kaiser. Abouagy. In der Mitte liegt ein Spieler der Fortuna. Kaiser. Zähleschuss. Schafft Wiedenbrück hier noch den Ausgleich oder rettet die Fortuna sich ins Ziel? Zähleschuss. Wiedenbrück bleibt im Ballbesitz. Zwei Mann liegen noch dort. Scholz. Und Lohma. Ruskis. Und der nimmt Abouagy da den Ball weg. Und das war's. Die Fortuna holt den ersten Dreier in dieser Saison am sechsten Spieltag. Und er kämpft sich hier gerade in Halbzeit zwei mit Mann und Maus diesen Sieg hier in Wiedenbrück. Wo die Wiedenbrücker in Halbzeit zwei mit einem Chancenplus eigentlich Möglichkeiten gehabt hätten hier auszugleichen. Ne. Ich mach's nicht nochmal. Ähm. Ja. Hier könnt ihr euch eine Playlist anschauen. Da gibt's ein ganz tolles Video von uns. Und da könnt ihr uns abonnieren. Da drl. zugreifen. Ich schaue die Kostung luôn mit den einfachen Sch Celligern. Ich lasse die Kostung.